Oh! Ist der echt? Ne, ist nicht echt. Der war zu farsch, oder? Ob man sich dran stoßen konnte, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sind die gemein. Aber gut gelöst. Was zur Hölle? Keine Ahnung, was hier abgeht. Aber es dürfte nicht gesund sein. Ich gehe erstmal unten lang. Da brauche ich... Ne, da kann ich nicht lang. Das ist No-Go. Ja, war mir klar, dass der nochmal kommt. Ich brauche irgendwo diesen... Genau. Ah, diese unsichtbaren Blöcke überall, ne? Hm? Und nu? Kann ich so hoch springen, dass das mir was brächte? Tatsächlich. Hm. Ne, so richtig bringt mir das ja nichts, ne? Ach du meine Güte. Der soll mal anhalten, sonst kann ich nicht, äh, mich drauf konzentrieren, hey. Ach, komm her! Freund, ich, 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 wenn du nicht aufhörst, ne? Ich schicke dich, äh, rein. Sauber. Also einmal hier. Und dann so. Genau, so geht's nämlich auch. Ach, da sind Schalter. Sehe ich jetzt erst. Ich hoffe, dass dann alle Läder ausgehen, weil sonst komme ich nicht so einfach zurück. Ah, geil. Sehr gut. Die unteren sind aus, aber hier oben die nicht. Nicht dein Ernst, oder? WTF? Ich hätte mir das, ja, ja. Verdammt, ich hätte mir den Laser aufsparen müssen. Ich hätte mein Portal nicht auflösen dürfen, sondern lediglich verschieben. Ich zeige euch jetzt, was ich damit meine. Ne, das ist einfach nur eine Grafik, wie am Anfang des Spiels. Wenn ihr euch erinnert. Da war auch so was. Aber nicht, äh, aber nicht schlecht. Lustig. Bosa hat seine... Ach ja, das gab's ja auch noch. Oh, 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 oh. Meine Güte, war es knapp gerade. Okay. Oh, nein, 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 na, wow. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich den eben besiegt habe. So. Na, verstehe. Mit dem hier. Den muss ich jetzt auf jeden Fall an... all... anhalten. Gut. So. Äh, WTF? Was denn? Was willst du von mir? Hä? Ja. War gerade echt seltsam. Keine Ahnung. Eben habe ich doch durchgepasst, oder war ich klein? Fuck, ich war klein, glaube ich. Okay, kill mich halt. Das macht's um einiges schwerer noch. Aber schön. Gepasst. Zeit sagt, okay. Was denn jetzt los? Hoho. Und jetzt zeige ich euch das. Hier nämlich, ablegen. Ist, äh, Sinn dabei. Okay. 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 Und nun? Nicht so. Wieder zurück. Wenn ich das jetzt falsch mache, ja? Mal gucken. Ich gucke mal, ob ich's so schaffe, wieder da irgendwie hochzukommen. Sonst muss ich das im... Nee, klappt schon. Passt. Sehr gut. Geil. Ich trau dem Frieden noch nicht. Hab ich's euch nicht gesagt? Hab ich euch nicht gesagt, dass ich dem Frieden nicht traue? Die erste Wolke war ein Fake. Nee. Alter. Die haben Nerven. Die haben Nerven, dass die da ein Fake hinbauen. Ich glaube, ich muss das alles nochmal machen. Ich hoffe, da ich jetzt den Durchblick habe, sozusagen. Ich genau weiß, wie ich das machen muss. Boah. Na, egal. Ich muss eh klein sein für die Aufgabe. Das heißt aber nicht, dass ich extra klein werden muss. Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Nee, zum Glück ist es nicht sein Ernst. Ein Gott. Gott sei Dank, meine ich. Ah, jetzt bin ich in der Richtige. Cool, jetzt kann ich mich bewegen, wie ich will. Sehr seltsam. Hoffentlich kommen die nicht. Wo sind denn die Pokis und sowas? Da oben. Kann ich mal das aktivieren? Boah, beinahe hätte ich ihn nochmal verkehrt. Das ist echt nicht leicht. Hm, das ist lustig. Und jetzt nochmal rüber. Sehr gut. Nice. Diesmal gucke ich mir genau an, welche Wolke wirklich echt ist. Gar keine, bis auf die mit dem normalen Gesicht. Okay. Das muss man natürlich wissen, ne? Boah. Krasser Scheiß. Wo ist denn noch einer mit einem? Ah, da. Das ist einfach nur verwirrend, wenn du da 100.000 Wolken hast, die dich böse angucken oder ihren Mund aufmachen oder was auch immer. Nochmal. Das macht aber nichts. Je häufiger, wenn wir das machen, ich find's doof, dass die da kein Checkpoint eingebaut haben, ganz ehrlich. Weil das ist doch wirklich nur noch... Wow. Okay. Direkt hier ins Richtige rein. Alles klar. Die Luft ist rein. Okay. Macht nix. Da waren zwei unsichtbare Blöcke, deswegen bin ich jetzt klein. War also nicht extra. Na da. Ich will zwei Sachen gleichzeitig machen. Sehr gut. Okay. Optimal. Okay, und jetzt? Alles klar. Habe ich geschafft. Und jetzt bitte lass mich schaffen, weil, ähm, irgendwann reicht es. Äh, Moment mal. Brechtet mir nichts, wenn ich hier Portal, oder? Doch. Doch, tatsächlich. Wartet mal. Ich mach's mir einfach. Boah, weil ich den jetzt angestoßen hätte, ne? Ich trick's ein bisschen. Und jetzt wird's schön. Komm schon. Ich weiß doch, dass es ganz... Jawoll. So kann man's natürlich auch schaffen. Oh, hier ist ne Wand. Wow. Ich frage auf den nächsten Bult, Will. Da kommt er. Wow. Ihr seid doch so asozial, ey. Jetzt hab ich schon ne tolle Möglichkeit gefunden. Was hätte ich denn jetzt machen können? Ah, wieder hier. Vor allem bin ich wieder nur groß. Muss ich also noch die dritte Anspruch nehmen? Es ist natürlich die letzte, ähm, von dieser Welt. Wow. Und runter. Weg mit dir. Alles klar. Ah, jetzt hast du es. Muss ich mir noch überlegen. Solange ich groß bleibe, ach. Ach, ich kann den doch so besiegen. Dann lasse ich dich. Ne, du. Okay. Alles klar. Ich bin wieder groß, Mann. Mach mich klein. Ach, verdammt. Verdammter Mist. Mist. Sehr gut. So schnell kann sich aufs Mist sehr gut verwandern. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch mal machen. Bitte, bitte, bitte. Das da hin. Das hab ich mir gedacht, weil ich hab mir die ganze Zeit schon gefragt, warum das alles auf einmal weggegangen ist. Was ich ja sonst nie geklappt hatte. Was ich sonst nie geklappt hatte. Super. Okay. Alles klar. Äh, das kann so bleiben. Doofe Blöcke hier, ne. Das ist doch auch nur zur Farge da. Das geht, das geht. Diesen Abschnitt kann ich zum Glück überspringen. Das ist ganz nett gemacht. Das hat er wahrscheinlich nicht bedacht. Und hier muss ich gleich stehen. Was nicht unbedingt die beste Position ist. Warte mal, ich kann vielleicht noch was ausreizen. Ich muss gucken, wo die Bullet Bills rauskommen. Ach, die kommen unten raus. Okay. Nein. Wow. Oh, ein Checkpoint erreicht. Och, du meine Güte. Ich trau dem Brat nicht. Bis jetzt war jeder Ausgang immer Bowser. Und man musste ihn mit der Feuerblume besiegen. Das wird hier jetzt nicht anders sein. Ja, die kommen. Ich kann sie besiegen, solange es geht. Nein, besiegt. War jetzt, ja, war klar. War sowas von klar. Kannst mich schon besiegen. Hi, Bowser. Willkommen. Praktisch ist der letzte Raum von der Welt immer so ein Endgegnerraum. Wenn man ihn so bezeichnen mag. Shit. Ist natürlich hier mit diesen Bullet Bills nochmal so fies. Genau deswegen. Mein Gott. Dann krieg ich noch hin. Ob ich hier oben liegen, stehen bleiben sollte. Ich habe keine Möglichkeit, außer mit der Feuerblume. Die Feuerblume ist die einzige Wahl hier. Komm schon. Die kommen doch gleich. Nein. Boah. Okay. Boah. 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 Was haben wir noch? Boah. 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 Blastỏ. Boah. Boah. Oh. Blast. Das ist das ist her. Neillustransfer Schiff. Ich könnte in den Vorbildungszimmern ebenst, oder? Ich bin ja dankbar für den Checkpoint, aber trotzdem. Jo, ich hab schon geahnt, dass der Wald wiederkommt. Du scheiß Bockfisch, ey! Das gibt's ja gar nicht. Das ist so random, wann die Fische kommen und so weiter. Selbst das hier ist random, ne? Zum Beispiel der hier kam ja jetzt direkt hintereinander, und zwar im Sekundentakt. Und jetzt kommt in der Zeit dann gar nichts. So, jetzt auf in den Kampf. Gegen Bowser. Das ist der Endkampf der verlexten Welt. Ahaha, da ist ja... Hä? Wofür ist das? Kannst schon besiegen, kannst schon vergessen. Wofür ist dieser Laser da? Den habe ich vorher noch nie gesehen. Macht der Sinn? Ich würde keinen Sinn sehen. Jetzt muss ich langsam, aber sicher... Komm, 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 komm. Ist klar, wenn ich jetzt runterspringen, kommen sie. Hä? Haben die Auszeit? Haben sie Freizeit? Haben sie Urlaub genommen? Die schießt ja gar nicht mehr. Komm schon. Ah, dieser scheiß Laser, ey! Schon wieder! Bosa bewegt sich aber auch nicht, ne? Lass mich raten. Dankeschön. Schön, 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 schön. Da kommt natürlich jetzt kein Riesepild. Ja, ist klar, kannst mich schon besiegen, ey. Ist doch nicht zu glauben. Tschüss, ich bin des Todes. пап. Küquir. Gut. code. Och. Bex. Sue. Alma. Essen. fury. Snow. impart.